Bei der 5. Hildebruch Lecture des Kompetenzzentrums für Essstörungen am Universitätsklinikum Tübingen, kurz COMET, erhielt die international renommierte Expertin für Essstörungen, Prof. Beate Herperz-Dahlmann, den Hildebruch Lecture Award. Geehrt wurde sie für ihre herausragenden Leistungen in der Essstörungsforschung und Behandlung. Herperz-Dahlmann ist besonders bekannt für ihre Forschung im Gebiet der Anorexia nervosa, die umgangssprachlich auch Magersucht genannt wird und nur eine von vielen Formen der Essstörungen ist.